Die DHV News vom 7. Juli 2023. Lauterbachs offizieller Gesetzentwurf. Guerilla Growing – ratlose Ermittler in Erfurt. Mit freundlicher Unterstützung von Arwey Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Es tut sich was mitten im Sommerlauch, geht es vorwärts mit der halbwegsen Legalisierung in Deutschland. Und ihr habt es gerade auch gemerkt im Vorspann der DHV News, wir haben einen neuen Diamantsponsor, jetzt wieder drei an der Zahl. Dazu gekommen ist Seeds24 AT, einer der Samenhändler, der jetzt uns nochmal richtig pushen will Richtung Legalisierung. Und ja, natürlich dann auch gerne euch Samen verkauft, was ja hoffentlich sehr bald legal sein wird. Jetzt im Moment, muss ich natürlich auch noch dazu sagen, ist natürlich das Bestellen von Hanfsamen mit dem Zweck, sie für potenten Hanf irgendwie anzubauen und so weiter, nicht legal. Manche machen das ja trotzdem schon, aber ich will trotzdem nochmal darauf hinweisen, ja im Moment darf man noch keine Hanfsamen besitzen, um damit Cannabis anzubauen und darf sie auch nicht bestellen. Trotzdem, ja umso besser, dass Seeds24 AT uns da jetzt schon unterstützt und eben mit dafür sorgen will, dass wir alle bald doch Samen bestellen dürfen und eben Cannabis anbauen dürfen und so weiter. Natürlich wird auch neutral versendet. Man erkennt natürlich die Verschickungen von Seeds24 AT nicht als Samenlieferung oder so. Aber dennoch, ja, ich wollte es mal vorsichtshalber dazu sagen, nicht, dass ihr alle denkt, so der Wurt hat doch jetzt Seeds24 da als Sponsor, von wegen können wir ja jetzt schon alle anbauen. Ihr dürft doch nicht anbauen, so weit ist es jetzt noch nicht. Aber, ja, vielleicht bald. Und noch zwei Vorbemerkungen und zwar einmal, also ja, zwei Videos eigentlich. Eins in unserem Kanal hier beim Handverband, eine weitere Aufnahme von der Mary Jane, der einen Vortrag über Cannabis Social Clubs, wie und wann und wo die am besten eingerichtet werden könnten. Ja, also auch Betreiber dabei, Leute, die jetzt schon CSCs gründen, auch Leute aus unseren Ortsgruppen dabei. Also wer nochmal so eine aktuelle Diskussion über den Stand der Dinge in Sachen Cannabis Social Clubs sich anhören möchte, kann das auch bei uns im Kanal jetzt tun. Und das andere Video ist nicht in unserem Kanal, sondern im Kanal der ICBC, der Business-Konferenz. Ich wusste gar nicht, ob die jetzt meine Rede da aufnehmen, die ich da letzte Woche gehalten habe. Aber haben sie gemacht. Es ist meine erste deutsche Rede da, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Sonst muss ich da mal Englisch sprechen. Insofern ist es jetzt viel besser geworden. Und es ist die erste, wo ich über so einen langen Zeitraum wie 25 Minuten spreche, ohne irgendwelche Notizen. Also vollkommen frei gesprochen da über die Frage, ja, will Germany get it done? Kriegen wir das gebacken irgendwie, Cannabis zu legalisieren in Deutschland? Und ja, ein bisschen darüber Gedanken-Hopping von mir. Die ganzen Links in der Videobeschreibung. So, jetzt aber zum großen Brecher-Thema, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, eigentlich jetzt mitten irgendwie am Anfang der Sommerpause. Ich dachte, das kommt noch viel später erst. Also da war Lauterbach mal wieder erstaunlich schnell eigentlich. Es gibt jetzt einen offiziellen Gesetzentwurf. Bisher, was wir die ganze Zeit irgendwie besprochen haben, war ja ein geleakter Entwurf, der mitten so aus dem Maschinenraum der Ministerien da irgendwie zwischen den Ministerien rausgegriffen worden war, von wem auch immer. Jetzt ist es ganz offiziell. Man findet den Entwurf auch auf der Seite des Gesundheitsministeriums, auch mit so einer FAQ-Reihe wieder, ja, wo alle möglichen Details schon mal da vorweg erklärt werden. Das ist noch länger geworden, das ganze Dokument, also ein Riesending. Und es geht jetzt in eine Verbändeanhörung, das Ganze. Und die Bundesländer werden schon mal angehört, also noch nicht im parlamentarischen Verfahren. Es war immer noch nicht der Kabinettsentwurf, auf den sich die ganze Bundesregierung geeinigt hat, sondern jetzt schon wird schon mal eine Runde eingeholt an Feedbacks von Verbänden, auch von uns. Wir haben auch offiziell per E-Mail sozusagen diesen Entwurf bekommen mit Bittung, Stellungnahme bis zum 24. Juli. Das finden wir sehr ausgiebig nutzen, diese Möglichkeit, weil wir jede Menge Anmerkungen haben zu dem Gesetzentwurf. Dazu machen wir vielleicht später nochmal so ein eigenes Video mit allen möglichen Details. Jetzt werde ich gleich nur noch ein paar spezielle Dinge nennen, die da sich verändert haben im Vergleich zum Leak. Auf jeden Fall läuft das Ganze darauf raus, dass der Plan ist, also Mitte August einen Kabinettsentwurf zu verabschieden, der dann die Bundesregierung verlassen kann Richtung Parlamente, sodass tatsächlich dann nach der Sommerpause sofort in den parlamentarischen Beratungen das Ganze losgehen kann. Dafür ist jetzt rechtzeitig dieser Entwurf verschickt worden. Wir haben entsprechend unsere Zeit, das zu kommentieren. Und das ist soweit so gut. Ja, kann man mal wieder sagen, erstaunlich, schneller Fortschritt jetzt. Der so, also ich hätte eigentlich gedacht, tatsächlich die vertröllen das Ganze jetzt noch länger. Und die erste Runde zwischen den Ministerien ist jetzt aus meiner Sicht einigermaßen flott vorwärts gegangen. Ein paar Anmerkungen zu dem, was wir da bis jetzt gefunden haben seit gestern, seit wir diesen Entwurf gesehen haben. Alle möglichen Leute beugen sich da gerade drüber und aus allen Leuten Richtung kommen Hinweise. Keiner von uns hat bisher von vorne bis hinten die ganzen 160 Seiten komplett gelesen. Aber es sind doch ein paar wichtige Dinge, die ins Auge springen. Ich nenne erstmal ein paar Verbesserungen, weil die gibt es auch. Unter anderem ist das ganze Thema Bundessortenamt raus. Es ist überhaupt nicht mehr die Rede davon, dass jetzt irgendwie Saatgut zugelassen werden muss. Erstmal in einem aufwendigen Verfahren und Sicherheit und Stabilität des Saatguts und so weiter und so fort. Sondern es darf einfach ganz normales Saatgut benutzt werden, wie das die ganze Zeit schon seit Jahrtausenden stattfindet. Seit Jahrtausenden wird im Ausland im Internet Saatgut bestellt und angebaut und das darf auch so weitergehen. Auch in den Clubs und das Bad. Nichts mit Bundessortenamt, das ist schon mal eine wesentliche Vereinfachung der ganzen Angelegenheit. Was auch rausgekommen ist beim Eigenanbau zu Hause, der Hinweis aufs Kalenderjahr. Da stand ja vorher drin, drei Pflanzen, weibliche blühende Pflanzen pro Kalenderjahr. Das ist insofern eine Verbesserung auf jeden Fall, weil das ja erstens unsinnig ist, vor allen Dingen für die, die Indoor anbauen und machen ja meistens mehr als einen Durchgang pro Jahr. Und das ist ja überhaupt nicht kontrollierbar. Woher soll jetzt jemand, der das irgendwie kontrollieren muss, was weiß ich, wegen einer Anzeige oder so, normal werden die ja nicht in die Wohnung kommen und das kontrollieren wollen überhaupt. Aber wenn, wie wollen sie das denn wissen, ob das jetzt das erste Mal im Kalenderjahr ist, dass einer seine drei Pflanzen da stehen hat. Nicht so eine tolle Sache an dieser Geschichte ist aber, dass jetzt nicht mehr von weiblichen blühenden Pflanzen die Rede ist, was ja auch impliziert, auch im Enlig, aber nicht richtig gesagt wurde, dass ja Stecklinge nachwachsen, um weiblich blühend zu werden sozusagen und männlich aussortiert werden und so weiter. Jetzt ist nur noch von drei Pflanzen gleichzeitig die Rede. Das beinhaltet dann ja auch Stecklinge und kleinere Pflanzen und so weiter, also nicht drei weibliche blühende. Was dann wiederum auch bedeutet, ja mit der Nachzucht wird es dann schwierig, da muss man immer wieder neu ansetzen oder wirklich immer nur einzelne Pflanzen zur Blüte bringen. Das ist dann wirklich ein bisschen sehr minimalistisch, aber dafür darf man jetzt durchgehauen und diese Sache mit dem Einmal pro Jahr ist raus. So oder so, auf jeden Fall auch ein Thema, wo wir nochmal ran müssen wollen natürlich, dass man auch die Möglichkeit hat, selber ein paar kleinere Pflanzen nachzuziehen und Richtung Blüte dann nach und nach zu schicken. Das ist jetzt im Moment eben schwierig. Dafür kann man aber auch tatsächlich eben, nach wie vor ist vorgesehen, dass man Stecklinge kaufen kann in den Anbauclubs, sodass man dann natürlich relativ, also schneller, als wenn man jetzt vom Samen selber hochzieht, sozusagen je nachdem wie groß auch die Stecklinge letztendlich sein dürfen, relativ schnell wieder zu seinen blühenden Pflanzen wieder kommt. Und, naja, auch positiv ist ansonsten noch, dass ein paar Einschränkungen weggefallen sind für die Vorstände, die ja das Ganze ans Laufen bringen sollen, sozusagen, die auch geschäftsführenden Vorstände in den Anbauvereinen. Da stand ja vorher da, die dürfen nicht missbräuchlich Cannabis konsumieren, wie auch immer das jetzt definiert und kontrolliert werden soll. Und sie sollen nicht psychisch krank sein. Beides ist rausgefallen, da ist man jetzt also ein bisschen entspannter unterwegs und will weder psychisch Kranke diskriminieren, noch den motiviertesten Teil der Bevölkerung sozusagen mit relativ hohem Cannabiskonsum ausschließen, von dieser Arbeit in den Vorständen. Es gibt auch klare Verschlechterungen. Und zwar ist jetzt nicht mehr die Rede davon, dass man die Ernte der Pflanzen zu Hause lagern darf, in höherer Menge natürlich als die 25 Gramm, die in der Öffentlichkeit legal sind, sondern ist jetzt auch von 25 Gramm insgesamt die Rede, die man lagern darf, also sowohl öffentlich als auch zu Hause. Ja, das kann eigentlich nur ein Fehler sein irgendwie, keine Ahnung, oder ob das einer da reingeschmuggelt hat von den U-Booten da, den Provisions-U-Booten, die da immer noch dran rumschrauben oder was, die sich dabei denken, wenn ich drei Pflanzen anbauen darf, muss ich mehr als 25 Gramm lagern können. Das ist ein No-Brainer und das werden wir auch durchgesetzt kriegen. Das sagen auch die ganzen Bundestagsabgeordneten, hat das im Zweifelsfall sonst Regeln. Dirk Heidenblut zum Beispiel von der SPD hat das schon ganz klar gesagt, ja, wenn das da nicht drinsteht, ja, er war selber nicht ganz so sicher, aber da muss auf jeden Fall da rein, dass zu Hause nach der Ernte da natürlich mehr gelagert werden kann. Im Moment aber in diesem Entwurf steht da 25 Gramm. Was sich auch jetzt nochmal verschlechtert hat, oder sehr fragwürdig ist die Regelung, dass man jetzt nicht mehr pro Gramm bezahlen kann im Anbau-Club, wenn man da Mitglied ist und sich da sein abholt, was man gerade so haben will und braucht und so weiter, sondern man bezahlt quasi mit Pauschalen. Man hat zwar nicht jedes Mitglied den gleichen Mitgliedsbeitrag, man kann quasi Beitragsstufen einführen, grob anhand des eigenen geschätzten Konsums, aber dann hat man so eine Art Flatrate, ja, dann muss man quasi abnehmen, man kriegt auf jeden Fall kein Geld wieder, wenn man einen Monat mal aus irgendwelchen Gründen nur halb so viel verbraucht, da, was weiß ich, beim Krankenhaus oder hat irgendwie keinen Bock zu kiffen, irgendwie mal zwei Wochen. Und dann, ja, habe ich aber schon bezahlt für die ganze Menge, die ich in der Zeit verbraucht hätte, und dann nehme ich die natürlich. Also merkwürdige Idee, das ist jetzt nicht unbedingt, passt nicht zu dem ganzen restlichen repressiven, prohibitiven Ansatz, den die da fahren, mit allen möglichen Restriktionen, dass sie jetzt sagen, hier, Gras-Flatrate, bitte schön. Das ist merkwürdig. Und was auch eine Verschlechterung ist, dass keine professionellen Anbauer mehr angestellt werden dürfen in den Vereinen. Da war vorher doch, konnte man noch rauslesen, dass das möglich wäre, dass ein Verein also auch Mitarbeiter hat, die da irgendwie den großen Teil der Arbeit wegmachen. Jetzt geht der Trend doch sehr viel stärker Richtung Beteiligung der Mitglieder. Die sollen selber anbauen, das Ganze soll eine große zusammenarbeitende, coole Community sein. Aber der nicht-kommerzielle Ansatz war noch mal größer geworden. Und die Anbauer waren eigentlich, die Angestellten des Vereins sind eine der wenigen Möglichkeiten, für Leute da auch Geld zu verdienen. Die wissen, wie das geht und so weiter. Externes Know-how auch reinzukriegen vielleicht in so einen Anbau-Club. Aber jetzt sollen möglichst alle Mitglieder mit anpacken. Also es ist gewünscht, dass wirklich jedes Mitglied, alle 500 Mitglieder, sollen nach irgendeinem Gießplan oder was da in dem Clubraum aufschlagen, in dem Girl-Raum und da irgendwie dann rumgießen. Also das ist auch eine merkwürdige Idee. Minijobber sind aber erlaubt. Das geht jetzt noch. Ich glaube, das wird auch nicht so bleiben am Ende. Die Gärtnerpflicht, glaube ich, wird da nicht drin bleiben. Vielleicht kann man tauschen gegen Treppe putzen. Dann noch drei Anmerkungen, wo ich nicht weiß, sind die gut, sind die schlecht, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Die Mindestabstände haben sich verändert. Die sind jetzt alle auf 200 Meter. Egal, worum es geht, alles 200 Meter Mindestabstand. Das gilt sowohl für den Konsum, 200 Meter Abstand zu Jugendeinrichtungen, Spielplätzen, Schulen, bla bla bla. Vorher waren 250. Also keine Verbesserung in dem Sinne. Die Abstände müssen weg. Das ist verfassungswidrig. Das kann man nicht einhalten. Man sieht nicht, ob in 200 Meter Entfernung eine Schule ist oder nicht. Oder ein Kindergarten. Das kann man nicht einhalten. Und 200 Meter Abstand für die Anbauklubs selbst. Die dann wiederum auch die entsprechenden Abstände einhalten müssen. Aber die können das natürlich eher sich darauf einrichten, sich vorher erkundigen. Wo ist denn jetzt hier ein Spielplatz und so weiter. Aber auch das ist halt vollkommen unsinnig und unnötig. Es wird niemand gefährdet, wenn neben der Schule irgendwie ein CSC ist, den man sowieso nicht erkennt als solchen. Das soll ja noch nicht mal irgendwie im Schaufenster oder durch irgendein Schild erkennbar sein. Und soll ja auch in 200 Meter Abstand von den Klubs nicht konsumiert werden. Also es ist nicht nur so, dass ich den Kindergarten vielleicht übersehe, sondern ich habe bei den CSCs ja gar keine Chance zu erkennen, dass ein CSC in 200 Meter Abstand ist. Also selbst wenn ich da schon 20 Mal dran vorbeigegangen bin als Konsument, weiß ich nicht sicher unbedingt, dass da ein CSC ist. Und ich darf trotzdem da nicht konsumieren. Also es ist echt ein Witz. Was sich auch geändert hat, ist bei den Abständen, wo die CSCs sein dürfen, also nicht der Konsum, dass das vorher die Länder festlegen sollten. Und auch da ist jetzt 200 Meter, alles 200 Meter. Und eine Verbesserung ist das Ganze jetzt nicht. Die ganzen Mindestabstände müssen da raus. Dann haben wir die Begrenzung der Zahl der Clubs pro Anzahl der Einwohner in einer Region, Stadt, Gegend, wie auch immer. Da ist jetzt eine etwas größere Dichte möglich. Die Bundesländer können das eingrenzen jetzt auf einen Club auf 6.000 Einwohner und vorher stand da 10.000 Einwohner. Gut, so viel CSC ist jetzt mal gründen. Da bin ich sowieso gespannt, ob man auf so eine Dichte überhaupt kommt. Bei den Rahmenbedingungen. Und die Lizenz, die Betriebserlaubnis für die CSC, also Anbau-Clubs, laufen jetzt sieben Jahre statt fünf Jahre. Da hat man so ein bisschen mehr Planungssicherheit, immerhin. Aber ja, auch da fragt man sich, wofür hat man da überhaupt diese Begrenzung? Und macht das nicht die Sache auch letztendlich riskanter für die Leute, die da die Verantwortung übernehmen? Dabei will es erst mal belassen. Die, die das jetzt alles ganz genau wissen wollen, die mögen sich hier 160 Seiten schon mal durchlesen. Für alle anderen bleibt dran am Kanal, guckt da hier immer, na, ähm, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann kriegt ihr jedes Video mit. Und dann guckt da halt die ganzen Videos, anstatt 160 Seiten zu lesen. Und nach und nach werdet ihr ja auch die ganzen zu diskutierenden Details auch wieder mitkriegen. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos? Und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter hanfverband.de Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Dann habe ich noch ein bisschen Nachrichtchen übrig. Und zwar einmal ein neues Drogenranking. Die Drogenrankings sind eine relativ seltene Spezies. Deswegen erwähne ich das jetzt mal hier. Das ist so alle, was weiß ich, im Schnitt alle 10 Jahre, glaube ich, kommt mal so von irgendwelchen Wissenschaftlern so eine Übersicht da, welche Droge ist wie gefährlich für die Konsumenten, für die Gesellschaft. Und jetzt haben wir mal so eine Studie aus Neuseeland, die nicht ganz genau vergleichbar ist mit den anderen, weil sie explizit die Auswirkungen dieser Substanzen auf Neuseeland betrachtet. Nicht nur für die Konsumenten, auch das Umfeld und die Gesellschaft. Also zum Beispiel bei Alkohol wird eingepreist, dass Alkoholkonsum häufig zu häuslicher Gewalt führt, also zu negativen Konsequenzen fürs Umfeld. Und dadurch wird Alkohol gefährlicher, als es jetzt nur für die Gesundheit der Konsumenten selbst ist. Aber es wird auch eben ganz konkret nur in Neuseeland geguckt. Das heißt, die lokale Verbreitung der Substanzen spielt eine große Rolle, im Gegensatz zu diesen vorherigen Rankings. Und das verändert tatsächlich dann auch das Ergebnis, wo welche Substanz eingeordnet wird in der Gefährlichkeit. Weil natürlich eine Substanz, die in Neuseeland gar nicht in großem Umfang konsumiert wird, die kann da natürlich auch nicht viel Schäden verursachen, ist insofern auch nicht weit oben in der Grafik, sondern eher weiter unten. Das vorweg gesagt, gucken wir uns die Grafik mal an jetzt. Tada! Wie immer, wie auch bei den anderen Rankings, Alkohol ist ganz vorne dabei als eine der gefährlichsten Substanzen, die der Menschheit überhaupt zur Verfügung steht. Ja, es gibt kaum was Gefährlicheres. Auch hier, man sieht hier die blauen Striche, sind die Gefährlichkeitsparometer für die Konsumenten selbst und die Orangen für andere Menschen. Der ist also auch bei Alkohol relativ hoch. Als zweites Methamphetamin oder Crystal Meth, wie Söder sagen würde, auch mit relativ dramatischen Auswirkungen. Und schon an dritter Stelle kommen jetzt synthetische Cannabinoide. Das habe ich so in früheren Rankings auch noch nicht gesehen. Auch da mit einem hohen Gefährdungspotenzial für die Konsumenten selbst insbesondere. Interessantes Phänomen hier an der Stelle, ja, dass man das so hoch drin hat in dieser Übersicht hier. Und an Platz 4, knapp dahinter, kommt dann schon Tabak. Die zweite große, weitverbreitete, illegale Droge, muss man natürlich auch in beiden Fällen sagen, natürlich auch weitverbreitet, Stichwort. Ja, kann also sowieso auch von daher schon viel Schade in Neuseeland anrichten. Ist also immer eine Kombination aus Gefährlichkeit der Droge plus Verbreitung der Droge. Und jetzt kommen so ein paar Opioide und so weiter. Und dann irgendwo im Mittelfeld mit Kindziffer 32, immer von Gefährlichkeitspunkte von 100 nehme ich an, soll das bedeuten, kommt dann Cannabis. Interessanterweise auch mit einer relativ hohen Fremdgefährdung. Ja, da weiß ich nicht, da bin ich nicht so ganz dahinter gestiegen bisher, ja, was das bedeuten soll, wieso jetzt Cannabis furchtbar fremdgefährdend für andere ist. Cannabis führt sicherlich nicht so viel zu häuslicher Gewalt wie Alkohol. Vielleicht ein bisschen zu häuslicher Inaktivität oder so. Keine Ahnung, inwieweit das vielleicht Leuten schaden könnte. Dann sehen wir aber eben auch, ja, Cannabis ist nicht die harmloseste Substanz der Welt. Ja, das ist auch immer bei den anderen Rankings auch immer schon so gewesen. Das ist dann irgendwo im Mittelfeld, meistens auch noch oberhalb der Hälfte, also in der Liste der gefährlicheren Hälfte der Substanzen, weil eben doch relativ viele Leute vergleichsweise damit nicht klarkommen. Da sind also auch andere Substanzen, die man normalerweise vielleicht für gefährlich erhalten würde, die als harte Drogen bezeichnet werden. Denn besonders Ecstasy, also MDMA und Halluzinogene sind immer in diesen Rankings deutlich hinter Cannabis. Ja, das sollte man sich als der große Hanfkrieger immer mal wieder vor Augen führen. Hanf ist nicht die harmloseste Substanz von allen auf der Welt, die da draußen unterwegs sind. Ja, das ist auch in allen Rankings wieder so. Ein Unterschied wiederum, nenne ich einmal noch oder zwei, Kokain ist deutlich unterhalb von Cannabis. Das ist bei den anderen Rankings nicht so und deutet darauf hin, dass einfach Kokain in Neuseeland jetzt keine große Rolle spielt. Warum auch immer. Gut, dabei belasse ich es mal. Die Links sind wie immer in der Videobeschreibung. Wer da noch mehr wissen will, kann da dann gucken. Und noch ein Punkt, den ich hier in letzter Nachricht in dem Sinne habe. Es ist nochmal Guerilla Growing in Erfurt. Ja, da ist jetzt ein riesen Ermittlungsgedöne losgegangen. Wir waren, glaube ich, kurz davor, eine Sonderermittlungsgruppe einzurichten. Da waren ja auch recht viele Handpflanzen da gefunden worden, sind am Tatort mitten neben der Hauptverkehrsstraße in Erfurt. 5.400 Pflanzen haben sie letztendlich gezählt. Ja, so kleine Puzzledinger irgendwie, die die Polizei da, vielleicht haben die ja auch noch irgendwie so in so ein Pressbuch eingeklebt. Ja, so ein Pflanzensammelbuch oder so. Auf jeden Fall wurden jetzt Ursachen ausgeschlossen, soweit. Ja, denen wurde nachgegangen, möglichen Ursachen. Einmal die Erde haben sie im Verdacht gehabt. Ja, die Erde, die da benutzt worden ist, um diese Grünstreifen an dieser Hauptverkehrsstraße irgendwie anzulegen. Da war noch so ein Berg von diesem Zeug auf irgendeinem Werkshof. Da haben sie rumgeguckt und da, beidumbreit, keine Handpflanze. Ja, an diesem Dreckberg da, ne. Und auch rundherum nicht, nichts mit Handpflanzen. Also da haben sie ausgeschlossen, dass das ein Problem sein könnte mit der Erde. Dann das Saatgut, haben sie kontrolliert, womit der Grünstreifen eingesät worden ist, ne. Keine Handpflanzen entdeckt. Weiß nicht, wahrscheinlich haben sie mal so ein paar Kilo genommen und die alle einzeln durchgefutzelt. Ob sie da irgendwie Handpflanzen drin erkennen, haben sie nicht. War nichts mit Handpflanzen. Dann haben sie sogar Proben von Erde und Saatgut ans LKA in Thüringen geschickt. Und die Staatsanwaltschaft muss jetzt entscheiden, ob da weitere Untersuchungen stattfinden sollen. Ja, eine Stoffprobe gemacht wird. Gaskrobatograph, was weiß ich, die ganze Erde da rein, tonnenweise. Ob die da irgendwie Hanfsamen finden, ne. Also vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sind sie völlig, ähm, völlig am Ende und wissen überhaupt nicht, was jetzt, was jetzt noch machen sollen. Also Vogelfutter war noch im Gespräch, ja, hätte auch Vogelfutter sein können, aber in der großen Masse, 5400 Pflanzen, ja, so viele Hanfsamen sind in Vogelfutter auch wieder nicht drin. Und wo sowieso das ganze Vogelfutter überhaupt da hinkommen, ja, auf den grünen Pflanztreifen, wissen sie jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, ja. Also großes Rätselraten um diese verbrecherischen Pflanzen, die Ermittler kommen da nicht vorwärts. Wahrscheinlich wird das niemals aufgeklärt werden, äh, dieser, dieser gefährliche Anflug da von, von massenhaft Handpflanzen, ähm, aber, naja, vielleicht haben sie die Gefahr jetzt auch eingedämmt, äh, mühsam durch die ganze Heraushupferei der Pflanzen. Möglicherweise ist da jetzt also keine Gefahr mehr im Verzug und vielleicht wird das LKA jetzt auch doch gar keine Stoffprobe mehr machen und das Ganze ist dann erstmal erledigt. Aber sie haben doch ordentlich, äh, überlegt, da in Thüringen, wo die Pflanzen hergekommen sein können. Ortsgruppenfunk haben wir noch ganz kurz, äh, ein Bild von der Ortsgruppe in Würzburg, die im intensiven Austausch war mit dem Cannabis Social Club in Würzburg. Intensiver Austausch klingt für mich jetzt immer so nach Fassklopperei irgendwie, ne, aber nee, sagen die, wäre total nett gewesen und, äh, interessant und gute Stimmung und so weiter. Also, Ortsgruppe in Würzburg hat Spaß gehabt im Austausch mit dem CSC in Würzburg. Guckt rein bei den Ortsgruppen und bei folgenden Terminen, bei denen wir jetzt angekommen sind. Da haben wir erstmal, ähm, in Bamberg den Infostand der Ortsgruppe zum Bamberger Sommerbierfest, ja, voll geil. Die sind am Bierfest mit dem Infostand vom Handverband da zugange. Super Aktion. Dann haben wir ein Treffen der Ortsgruppe Bergisches Land mal wieder in Wuppertal, Dienstag, 11. Juli, hab ich Bamberg vorher gesagt, 8. Juli, ne, ähm, Dienstag, 11. Juli, Wuppertal. Donnerstag, 13. München, Online-Treffen, Online-Treffen der DHV-Ortsgruppe, also, könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr gar nicht in München seid, heimlich. Ähm, so in Starnberg vielleicht. In Mannheim, Infotisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar am Samstag, 15. Juli. Und Samstag, 15. Juli in Steinheim, Regge im Hanffeld. Ja, aber was ganz anderes, keine DHV-Veranstaltung, obwohl DHV vor Ort ist mit dem Infostand in Steinheim. Wer Regge mag, mag bestimmt auch Regge im Hanffeld. Das ist bestimmt nett, viele waren vielleicht schon mal da, ja, auf jeden Fall ist das am Samstag, 15. Juli. Dienstag, 18. Mannheim, offener Hanftisch des Hanffelds Rhein-Neckar, ähm, also ein Treffen, 18. Juli. Freitag, 21. in Halle, Kundgebung zum Gedenktag verstorbener Drogengebrauchender. Der Ortsgruppe nehme ich wiederum an. Dann in Dresden ist nochmal ein Treffen der Ortsgruppe in Dresden, äh, Samstag, 22. Juli. Und das war's. Ich wünsche euch einen grusamen Abend, aber vorher wünsche ich mir noch, dass ihr nochmal das Video hier liked, den Kanal abonniert und die Glocke klickt, anklickt, ja. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.